Ich grüße Sie und freue mich, dass ich Ihnen die dritte Auflage meines Handbuchs Hochschullehre digital vorstellen darf. Wie schon in den vorangegangenen Auflagen habe ich mich bemüht, Ihnen sehr konkrete Vorschläge zur Digitalisierung der eigenen Lehre zu machen. Dabei geht es mir nicht um die strategische Ausrichtung einer Hochschule, sondern um die Lehre aus meiner Sicht als Lehrer. Was ist neu in der dritten Auflage? Geschrieben in Zeiten der Not und der Erkenntnis, dass vieles geht, was vorher unmöglich schien, sollte nach wie vor die Didaktik und nicht die Technik im Vordergrund stehen und wir sollten die Grundprinzipien der digitalen Lehre nie vergessen. Die zeitliche und räumliche Unabhängigkeit des Lehrens und Lernens und die Möglichkeit, ein Höchstmaß an Individualisierung herstellen zu können. Dazu kommen unter anderem die Transparenz, die Aktualisierbarkeit und die Nachhaltigkeit der Lehr- und Lernmaterialien. Von all diesen Aspekten berichte ich in Kapitel 1 des Buches. Kapitel 2 beschreibt nahezu unverändert die Lehrprinzipien und Verfahren der Inhaltserstellung in der klassischen Lehre. Und dabei erwähne ich erneut, dass wir in der Regel ja die verwendeten Lehrbücher nicht selbst geschrieben haben, sondern Fremdmaterialien genutzt haben. Bücher, Skripte, Aufsätze und möglicherweise auch multimediale Elemente. Daran muss immer wieder erinnert werden, wenn es um die Nutzung digitaler Elemente geht. In Kapitel 3 beschreibe ich zunächst die Grundprinzipien der digitalen Lehre. Neu sind in der dritten Auflage Informationen zu Anreizsystemen, den auf Electronic Assessment basierenden Digital Badge-Systemen und die Diskussion verschiedener Maßnahmen, die zum Gelingen der digitalen Lehre beitragen. Dazu gehört auch ein Ausflug in neue Lernarchitekturen. Das vierte Kapitel ist der Erzeugung digitaler Lehr- und Lernelemente gewidmet. Dabei gilt das Prinzip von Kapitel 2, Nutzung möglichst vieler und qualitätsgesicherter Fremdmaterialien. Neu in diesem Kapitel ist eine ausführliche Beschreibung der Inhaltsvertiefungsphase, die normalerweise in Präsenz, derzeit aber online stattfindet. Zu beiden Szenarien gebe ich ausführliche Anleitungen. Das Kapitel schließt mit einem Ausflug in die Robotik und der Nutzung von Lernerdaten, Stichwort Learning Analytics. Die Kapitel 5 und 6 sind der Klassifikation und Produktion von Lehrvideos gewidmet. Dabei geht es nicht nur um eine Klassifikation und Auflistung der Parameter, sondern auch darum, wie Videos erzeugt werden, welche Möglichkeiten der Einbindung von Videos in das eigene Lehrgeschehen möglich sind und wie man auf Videos in Lehr- und Lernsettings zugreift. Im siebten Kapitel beschreibe ich in meinem mittlerweile bekannten Sechs-Schritte-Programm, wie man trotz geringer Zeitkontingente die eigene Lehre digitalisieren kann. Dass dazu ein neues Mindset gerade in Deutschland notwendig ist, betone ich immer wieder und wieder. Im letzten Kapitel geht es nicht nur um einen Ausblick, sondern auch um die Beseitigung zahlreicher Hindernisse der Digitalisierung der Lehre. Dabei habe ich erstmalig auch die oft haltlosen Argumente der Gegner mit einbezogen und entkräftet in der Hoffnung, dass die Ignoranten endlich Schluss machen mit Behauptungen wie digitale Lehre verhindert soziale Kontakte oder digitale Lehre ersetze den Lehrer. In jedem Fall hoffe ich, dass ich mit dieser erneuten und überarbeiteten Auflage meines Buches meinen Beitrag für eine nachhaltige und nicht primär von der Not getriebene Digitalisierung der Lehre leisten kann. Übrigens sind alle Referenzen im Buch entweder über Kurz-URLs oder durch QR-Codes schnell erreichbar, sodass Sie meine Argumentation ohne weiteres nachvollziehen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017